Musik Okay, preis dem Herrn. Bevor wir beginnen mit unserem Wort für heute, heute möchte ich ein paar Minuten über Gebet sprechen. Wir werden diesen Sommer dieses Thema ausführlich und genauer anschauen. Prayer wird unser Thema sein. Und wir sind heute, wo wir sind, aufgrund von Gebet. Weil auf der einen Seite wir selber als Leidenschaft gebetet haben, auf der anderen Seite, weil viele von euch mithelfen, mitbeten, uns dorthin zu tragen, wo wir stehen, wo wir sind. Und im christlichen Kreis oder im Gottesreich ist man nicht, was man isst, sondern man isst, was man durchgebetet hat. Amen. Und ich möchte heute Morgen kurz erklären, in welche Richtung wir in Zukunft mit etwas ganz Bestimmten, das heisst mit einem bestimmten Teil unseres Dienstes gehen werden. Diese Woche hatten wir eine Sitzung, und zwar von der Bibelschule in Bruck, vom Gospel Training Center in Bruck. Und ich habe am Montag, diese Woche, habe ich meinen Weggang angekündigt. Okay? Mein Weggang von der Bibelschule. Und habe diese Woche erklärt, warum ich nicht mehr ein Teil bin vom Gospel Training Center in Bruck. Und das will ich euch heute erklären. Okay? Und es gibt eigentlich zwei Hauptgründe für meine Entscheidung, die über mehrere Monate lang gereift ist und über mehrere Monate lang sich entwickelt hat. Denn für viele, viele Jahre, über zehn Jahre, war ich Teil der Bibelschule, Teil dieses Gremiums, Teil der Bibelschule mit den Pastoren. Und wir hatten eine wunderbare Zeit, wir hatten eine sensationelle Zeit. Auch die letzten zehn Jahre, die waren wirklich herrlich und wunderbar. Und ich habe erklärt, weswegen ich diese Entscheidung getroffen habe. Seit einigen Monaten spüre ich, dass der Herr uns für die Botschaft der Gnade noch viel mehr gebrauchen möchte. Und ich glaube, dass er mit dieser Gemeinde hier, mit unserer Grösse auch, die wir haben, mit den Möglichkeiten, die wir haben, mit unserem eigenen Gebäude etc., mit unserer Internetkirche, die mittlerweile bis Honolulu geht, nach Honolulu geht. Preis dem Herrn, bis nach Hawaii. Aloha. Und es ist so fantastisch, einfach zu wissen. Das heisst, mit den Dimensionen, die wir haben und die uns gegeben wurden, durch seine einzigartige Gunst, glaube ich, dass wir in der Zukunft mehr und mehr uns selber daher gebrauchen will, eine führende Stimme zu werden für das Evangelium der Gnade im deutschsprachigen Raum. Und ich suche solche Dinge nicht, aber das ist etwas, das ich beobachte seit mehreren Monaten, dass immer mehr Pastoren kommen auf mich zu, Pastoren von allen möglichen Hintergründen und Schattierungen, die frisch in der Bewegung sind, die frisch in der Gnadenbewegung sind, die Joseph Prince von Singapur irgendwo kennengelernt haben, durch das Internet, und die beginnen mit ihrer Gemeinde, einen Wechsel zu vollziehen, hin in diese Richtung der Grace-Bewegung, also der Gnadenbewegung, und die auf uns zukommen, uns kontaktieren, mich kontaktieren, weil solche Wechsel nicht ganz einfach sind. Und solche Dinge suche ich nicht, aber solche Dinge geschehen mehr und mehr, und ich glaube, und das ist, was ich spüre in den letzten Monaten, dass der Herr uns wirklich, wir sind in einer Übergangsphase, wo Gott mehr tun will, mit unserer Gemeinde, mit dieser Bewegung, hier in Europa, hier im deutschsprachigen Raum. Es ist auch einer der Gründe, warum wir solche fantastischen, Zugänge haben zu Singapur, solche offene Türen haben, zu Joseph Prince und zu seiner Gemeinde. Das ist etwas Einmaliges, etwas Fantastisches, das der Herr uns geschenkt hat, durch seine grosse Gnade. Und ich glaube, wir sind in dieser Übergangsphase hin, eben eine führende Stimme zu werden, vielleicht sind wir es schon, ich weiss es nicht, kann das nicht beurteilen, aber für diese Botschaft der Gnade. Und das ist der erste Grund, warum ich empfinde, dass wir uns von dem her auf das konzentrieren sollten. Mehr und mehr als Gemeinde, als Dienst, mit all den Fazetten, die wir haben als Dienst, uns auf das konzentrieren sollten, was vor uns liegt in der Zukunft. Halleluja. Und das ist das Zweite, Nummer zwei. Ich glaube, dass wir, weil wir in dieser Phase sind, eine führende Stimme übernehmen zu können, dass wir die Möglichkeiten, die wir hier haben, noch viel besser ausnutzen sollten, viel grösser ausnutzen sollten. Und dazu gehört, dass wenn man die Bewegung fördern will, wenn man die Botschaft der Gnade mehr hinaustragen will, dazu gehört eine eigene Bibelschule. Und wir werden im Herbst 2014 unsere eigene Bibelschule starten. Okay? Lass mich das etwas noch konkreter formulieren, und so weit wir sind und so konkret wir bis jetzt sind, das wird keine Hobbyschule. Okay? Diese Schule wird Hauptdozenten haben und diese Schule wird internationale Fachdozenten haben. Und wir werden schauen, dass wir unsere Partnerschaft mit Singapur noch mehr ausbauen. Mein persönlicher Wunsch ist, dass wir mindestens drei Fachdozenten aus Singapur als Dozenten hier bei uns in der Bibelschule haben werden. Halleluja! Eine Person hat schon zugesagt, ihr wisst, wer das ist. Mit der zweiten Person sind wir im Gespräch, das ist der Co-Pastor von Joseph Prince, Pastor Lawrence. Und grundsätzlich haben wir auch von ihm eine Zusage, aber das muss noch formell abgewickelt werden. und dann noch eine weitere Person aus Singapur. Mir ist es wichtig, dass wir diesen Geist der Gnade, dass wir den hier verbreiten können in unserer Schule. Also wir das internationale Fachdozenten haben, Hauptdozenten, Nebendozenten werden da sein. Wir werden sicherlich einen Tag werden wir brauchen für diese Schule. Also das Konzept ähnlich, wie es in Brug ist. Das heisst, wir werden einen ganzen Tag zur Schule reservieren, ob das der Montag ist oder der Freitag. Das wird sich zeigen, können wir jetzt noch nicht genau sagen, aber es wird ein Tag pro Woche sein. Und die Bibelschule wird für jeden Mann und für jede Frau sein. Okay? Für jeden Mann und für jede Frau. Wir wollen das Konzept aufbauen auf der Benjamin-Generation. Okay? Und wir wollen nicht einfach nur, dass sich Leute qualifizieren müssen für die Schule, sondern wir wollen mit dazu beitragen, dass eine neue Generation entstehen kann. Diese Benjamin-Generation. Diese Benjamin-Generation. Wir haben solche wunderbare Möglichkeiten hier mit unserem Gebäude. Wir werden unsere Küche ausbauen, sodass wir etwas mehr dort noch Komfort haben. Wir werden bis dann, in einem Monat haben wir unseren Sportplatz. Also, wir haben die Möglichkeiten von Küche, Sportplatz, einem schönen Dom und einer wunderbaren Gegend, die zum Meditieren und Spazieren einlädt. Die haben wir so oder so hier. Amen. Preis dem Herrn. Und diese Zusammenarbeit ist für mich mit den Dozenten aus Singapur, ist für mich ganz, ganz wichtig. Wir werden auch fachspezifische Kurse anbieten. Wir werden neue Kurse anbieten, die es bisher noch nicht gegeben hat. Also zum Beispiel Kurse über die Typologie im Alten Testament. Kurse über das hebräische Alphabet und seine Bedeutung. Über das Ganze und nicht nur über den fünften Buchstaben. Und fachspezifisch auch hebräische Numerologie. Auch das sind alles wichtige Dinge, die wir in Bezug zur Aufschlüsselung des Alten Testaments brauchen. Dazu werden wir, aber das gilt nur fürs Ausland, nur fürs Ausland, dazu werden wir ein Fernstudium anbieten. Für den deutschsprachigen Raum im Ausland, also von Deutschland bis nach Hawaii. Und diese Möglichkeit wird es auch geben. Preis dem Herrn. Und ich möchte kurz noch etwas vorlesen. Ich war selber am Freitag nicht hier. Aber am Freitagmorgen, deswegen habe ich das als einleitend gesagt, oder als Einleitung, wir sind, was wir sind wegen Gebet. Ein ganz wichtiger Teil dieser Schule wird auch selber Prayer School sein, also Gebetsschule. Wir werden jeden Tag dann, wenn wir diese Schule haben, das heisst jetzt zum Beispiel am Montag, werden wir sicherlich mindestens eine Stunde, vielleicht sogar mehr, werden wir uns aufs Gebet und auf Gebetsschule konzentrieren. Halleluja. Weil der Geist des Gebets kann schwer gelehrt werden. Er muss empfangen werden. Er muss ergriffen werden. Preis dem Herrn. Und am Frühgebet vom Freitagmorgen, als sie um vierten nach sechs hier zusammengekommen sind und gebetet haben, ich selber war nicht hier diesen Freitag, glaube ich, seit einigen Wochen, siehst du, ich bekomme jeweils einen kurzen Rapport, was gebetet wird, was ausgebetet wird. Und seit einigen Wochen spürte ich immer wieder, die beten für die Bibelschule, sie wissen es zwar nicht, aber sie beten für die Bibelschule, weil deswegen bekomme ich diesen kurzen Rapport und kann dann sehen, stimmt das überein, was wir haben als Leiterschaft mit der Gebetsgruppe. Und das ist das Tolle. Wenn etwas stimmt, dann stimmt es überein. Halleluja. Dann stimmt es überein, nicht nur bei den Leitern, sondern auch bei den Gebetsgruppen. Und hier ist, was sie ausgebetet haben, am Freitag im Frühgebet. Und ich werde sie rufen, aus allen Richtungen. Und ich werde sie weiden. Das Versprengte werde ich sammeln, unter meinem Dach. Das Verlorene zurückholen. Meine Gnade wird es tun. Meine Gnade wird sie wiederbeleben. Mein Geist wird sie erquicken. Höre, was ich zu deiner Vollendung bestimmt habe. Halleluja. Hast du gehört? Höre, was ich zu deiner Vollendung bestimmt habe. Gott hat Pläne, gute Pläne und gute Absichten für uns alle. Amen. Niemand und nichts kann es dir rauben und nehmen. Niemand kann uns seine Gnade rauben. Preis dem Herrn. Halleluja. Und so bin ich begeistert. Das ist eine von einigen Weissagungen oder auch was sie ausgebetet haben, generell in den letzten Wochen und Monaten. Das ist eine aktuelle. Da ist noch viel mehr dabei. Viel mehr, das man jetzt erwähnen könnte, aber nicht wegen der Zeit willen. Also ich bin begeistert, was auf uns zukommt. Amen. Und wir werden dann mehr zum Konzept im Januar sagen, wenn wir unseren Visionssonntag haben. Jeweils im Januar haben wir unseren Visionssonntag. Und bis dahin sollten wir bereit sein, dieses Konzept anhand auch von einer, ich gehe jetzt mal davon aus, einer guten Broschüre vorstellen zu können. Okay? Also, pray, betet, betet weiter, weil grossartige Dinge liegen vor uns. Amen und Amen, preis dem Herrn. Und deswegen wollte ich heute Morgen diese neue Serie beginnen, und zwar Prayer. Prayer, Gebet. Wir befassen uns mit dem Gebet in den nächsten Wochen. und es gibt eine Bibelstelle, die ich mit euch teilen möchte. Eine Stelle. Diese Stelle geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Es ist eine Stelle, die sich ständig wieder zeigt. In meinem Herzen, in meinem Inneren, in meinem Geist. Und hast du das auch schon erlebt, dass eine Bibelstelle einfach dir nachläuft? Nicht nur über Stunden, sondern über Tage, über Wochen, über Monate, dir etwas nachläuft und preist dem Herrn. Das ist diese Stelle, und ich glaube, es ist so wichtig, diesen Zusammenhang zu sehen. Zacharia, 12. Kapitel, und wir werden den 10. Vers lesen. Okay? Zacharia, 12. Kapitel, und Vers 10. Nichts Neues in dem Sinn, weil ich habe schon mehrmals über das gepredigt in den letzten Wochen. Aber lass uns das noch etwas genauer, etwas detaillierter anschauen. Und wir werden extrem begeistert sein, wenn wir hier das Ganze etwas detaillierter betrachten. Über das Haus David und über die Einwohner von Jerusalem. Lass mich das zuerst definieren, sodass wir alle auf derselben Seite sind und nicht, dass jemand hier einfach nur im Alten Testament landet. Weil hier landen wir voll im Neuen Testament, obwohl wir aus dem Alten lesen. Wie viele wissen, wir haben so viele Vorbilder, lass es mich so ausdrücken, Abbilder und Schatten im Alten Testament, wo durch Jesus Christus Realität geworden ist, wo durch Jesus Christus wahr geworden ist. Das ist solch ein Abbild und Schatten, und das ist solch ein Bild, solch ein Hinweis auf das, was kommen wird. Auf das, was eintreffen wird. Und wir werden in einem Moment verstehen, warum das für uns heute unter diesem Neuen Bund der Gnade gilt. Siehst du das Wort hier, das Haus David? Weisst du, was David bedeutet? Geliebter. Das ist, was David bedeutet. Im Alten Testament werden sie nicht als Geliebte angesprochen, aber im Neuen Bund werden wir konstant als Geliebte angesprochen. Wenn die Bibel von den Geliebten spricht, dann spricht sie von dir und mir. Halleluja. Preis dem Herrn. Von Menschen, die Jesus Christus empfangen haben, erlöst worden sind in Christus Jesus. Also, wenn wir grundsätzlich das verstehen, auch in der Bedeutung aus dem Hebräischen, würden wir jetzt so lesen, aber über das Haus der Geliebten. Amen. Über das Haus der Geliebten. Das ist der neue Bund. Preis dem Herrn. Das sind wir. Über das Haus der Geliebten. Haha. Halleluja. Ich sagte, wir werden heute überschüttet mit seiner Liebe. Amen. Über das Haus der Geliebten und über die Einwohner von Jerusalem. Nun, Jerusalem bedeutet Frieden. Halleluja. Frieden. Das ist, was Jesus brachte. Jesus hat uns die Last abgenommen, damit wir Frieden haben können. Die, die wir in die Ruhe eintreten, wir sind im Glauben. Das heisst, die, die glauben, treten in die Ruhe ein. Frieden ist solch ein zentrales Element unter Jesus Christus. Keine Unruhe mehr. Kein Unfrieden mehr. Kein mehr sich fragen, liebt mich Gott, liebt mich Gott nicht. Mag er mich, mag er mich nicht. Bin ich auf der weissen oder auf der schwarzen Liste bei ihm? Oder auf der grauen? Was will er für mich? Frieden. Halleluja. Du bist auf der weissen Liste. Amen. Nicht auf der blacklist. Also, über das Haus der Geliebten und über die Einwohner des Friedens will ich den Geist der Gnade und des Gebets ausgießen. Ich will den Geist der Gnade und des Gebets ausgießen. Zwei Dinge. Spirit of Grace, Spirit of Prayer. Beides ist etwas Substantielles. Beides ist etwas Reales, Echtes, Erfahrbares und nicht bloße Theologie. Beides ist etwas Mächtiges. Halleluja. Beides ist etwas Kräftiges. Etwas, das aus Gottes Wesen herauskommt und dann ist es immer lebendig und nicht Theologie. Nun, grundsätzlich, ich will ausgießen den Geist der Gnade und den Geist des Gebets. Das kam zur Erfüllung in Apostelgeschichte 2. Schauen wir uns ganz kurz. Apostelgeschichte 2, Vers 1 bis 4 an. Und als der Tag der Pfingsten sich erfüllte, siehst du es, die Erfüllung von Zachariah 12, Vers 10, waren sie alle einmütig beisammen und es entstand plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie von einem daherfahrenden gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie sassen. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich zerteilten und sich auf jeden von ihnen setzten. Das ist der Geist des Gebets. Halleluja. Der Geist des Gebets drückt sich aus durch neue Sprachen. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist, siehst du, von diesem Geist des Gebets erfüllt und fingen an, in neuen Sprachen zu reden. Und auch später sehen wir, das war ein Gebet, eine Gebetsart, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Ich will ausgießen den Geist der Gnade und den Geist des Gebets. Das hier ist Pfingsten. Das markiert zugleich, und das ist ganz wichtig, deswegen sehen wir eben beides in Erfüllung, das markiert zugleich, das Zeitalter der Gnade beginnt hier. Halleluja. Das heisst, jetzt sind wir nach dem Kreuz. 50 Tage nach Ostern. Jetzt beginnt voll und ganz diese Dispensation der Gnade. Halleluja. 50 Tage nach Jesu Tod. Jetzt legt sie voll los. Jetzt beginnt dieses Zeitalter. Deswegen sind das Synonyme. Das Zeitalter der Gnade nennen wir auch das Zeitalter des Heiligen Geistes. Oder das Zeitalter der Gemeinde. Denn hier ist die erste Gemeinde, die entstanden ist. Halleluja. Das ist die erste Gemeinde im Obergemach waren sie. Und hier ist die Geburtsstunde der lokalen Kirche. Deswegen über das Haus der Geliebten. Geliebte sind im Obergemach. Geliebte verweilen im Obergemach. Halleluja. Weisst du, was so wirklich so... Das ist wirklich cool. Wir waren letztes Jahr, waren wir in Singapur. Und mehrmals schon. Aber letztes Jahr, als wir... Nein, es war dieses Jahr. Nein, es war im Februar. Im Februar waren wir in Singapur. Mit Susanne und der Familie. Und wir haben uns das Gebäude von Joseph Prince angeschaut. Das heisst, wir hatten eine Vorführung, eine exklusiv Vorführung mit Pastor Lawrence. Er hat uns das Gebäude gezeigt. Nun, das ganze Gebäude hat fünf Stockwerke. Und die Gemeinde in diesem Gebäude, weil das ganze Gebäude ist ein Einkaufszentrum, die Gemeinde dieses Gebäudes, ist oben aufgesetzt. Also, die Gemeinde ist nicht die Conventionhalle im Parterre, sondern im Parterre hat es zuerst einmal vier Stöcke Shoppingcenter. Und dann im fünften Stock wurde die Gemeinde darauf gebaut. Und sie wussten eigentlich nicht ursprünglich, warum sie das taten, bis der Herr Joseph Prince zeigte, das ist das Obergemach. Und der Bau wurde abgenommen, ich glaube, es war an einem Freitag, um 5.55 Uhr. Hatten sie die Bewilligung, die Abnahme. Ist das nicht gewaltig? Und das Auditorium hat Plätze für 5.000 Leute. Heisst dem Herrn. All das so irgendwie unbewusst und doch bewusst. Und jetzt wird es einem klar, warum das alles zusammenstimmt. Gott kann wirklich, wirklich ins Detail arbeiten und ganz perfekt sein. Für uns im Detail, so genau. Und das ist dieses Obergemach. Das heisst, dieses Obergemach, dort wurde die erste Gemeinde, wurde sozusagen gegründet. Es war diese Versammlung der ersten Gemeinde. Und diese erste Gemeinde, die zusammenkam, wo dann eben dieses Zeitalter der Gnade losgeht, was erfahren sie? Boom! Geist der Gnade. Was erfahren sie? Boom! Geist des Gebets. Beides. Halleluja. Beides. Und wo sind sie? Wo ist das Obergemach? In welcher Stadt? Jerusalem. Ganz genau. Ganz genau. Der Friede Gottes kommt über sie. Und dieses Zeitalter, diese Dispensation geht los. Und jetzt gehen wir zurück nochmals zum Zacharia. Zwölftes Kapitel, Vers 10. Ich will den Geist der Gnade und des Gebets ausgiessen. Geht das zusammen? Gnade und Gebet. Geht Hand in Hand. Halleluja. Gnade geht zusammen mit Gebet. Und wenn wir wachsen wollen in der Gnade, wenn wir zunehmen wollen in der Gnade, denn man kann zunehmen in der Gnade, denn der Demütige erhält mehr Gnade, wenn wir zunehmen in der Gnade, Halleluja. Dann kommt es vor allem auch durch das Gebet. Der Demütige erhält Gnade. Deswegen sind wir nie überheblich, nie arrogant gegenüber anderen Menschen oder Gemeinden, die diese Offenbarung von Grace noch nicht haben. Weil es ist der Demütige, der mehr empfängt. Wir sind demütig. Der Herr trainiert uns in Grace, damit wir gracious sein können. Er trainiert uns in Gnade, damit wir gnädig sein können. Amen. Also, der Demütige empfängt mehr Gnade. Und jetzt dieses Wort hier ist so gewaltig, dass wir, erst wenn wir es ein wenig in der Tiefe studieren, das volle Ausmass sehen. Schau mal an. Dieser Geist der Gnade, siehst du dieses Wort hier, Gnade? Das ist das hebräische Chenn. Chenn. Bestehend aus zwei Buchstaben. Aus dem Chet, das ist das Ch, und aus dem Nun, das ist das N. Das ist das Wort Chenn. Gnade hier ist Chenn. Und Chenn kommt von Hanan. Und daher, das habe ich schon ein paar Mal gepredigt, daher haben wir den Namen Hananias. Hanania. Okay? Das ist das hebräische für Hananias. Und Hanan, also Hananias, auch der Name, oder Ananias, wie wir es in der Apostelgeschichte sehen, ist dasselbe. Dieser hebräische Name bedeutet, Gott ist mir gnädig. Oder Gott hat begünstigt. Halleluja. Ein grossartiger Name. Also jeder, der Hananias heisst, ein grossartiger Name. Gott hat begünstigt. Gott hat begnadigt. Preis dem Herrn. Jetzt aber, Hanan ist das Hauptwort eigentlich, oder das Stammwort. Und daraus kommt Chenn. Und das ist also hier, der Geist der Gnade ist das Wort, der Geist Chenn. Okay? Und Chenn wird immer gebraucht für Gunst. Immer. Das heisst, Hanan wird eigentlich mehr gebraucht für Gnade und Chenn wird gebraucht für Gunst. Jetzt, was ist Gnade? Gnade ist Gunst. Unverdiente Gunst. Wir konnten sie uns nicht verdienen. Was bedeutet Gunst? Gunst bedeutet bevorzugt sein. Unverdient bevorzugt sein. Also dieses Wort Chenn ist ganz, ganz wichtig. Weil dieses Wort Chenn wird immer übersetzt mit Gunst. Okay? Gunst. Aber jetzt hört es ja nicht auf. Jetzt heisst es und des Gebets. Und dieses Wort Gebet ist ein extrem interessantes Wort. Einige Übersetzungen sagen Flehen. Nun, das hebräische Wort hier für Gebet oder Flehen ist eigentlich oder bedeutet Bitten. Und wir verbinden natürlich Bitten mit Gebet. Jetzt aber im Hebräischen ist das Wort hier für Gebet ist Tachanun. Tachanun. Und kommt ebenfalls von Hanan. Wir haben hier etwas Doppeltes. Und das sehen wir nicht so viel in der Bibel. Aber wenn wir es sehen, will uns die Bibel etwas sagen. Dann ist es wahrlich, wahrlich. Dann sollten wir genau hinhören. Okay? Also wir haben hier das Wort Chenn. Chet und Nun. Die zwei Buchstaben. Und dann haben wir Tachanun. Und Tachanun kommt von Hanan. Tachanan. Und auch hier wieder haben wir Gunst. Und jetzt stell dir vor, das ist, was der Herr eigentlich hier sagen will. Das ist, was er uns übermitteln will. Über das Haus der Geliebten und über die Einwohner des Friedens will ich den Geist der Gunst, Gunst, um zu bitten, ausgiessen. Will ich den Geist der Gunst, Gunst, um zu bitten, ausgiessen. Was der Herr uns hier zeigt, ist Folgendes. Du und ich haben Gunst, um vor ihm zu stehen und von ihm bitten zu können. Wir haben alle dieselbe Gunst erhalten, zu bitten. Denn hier ist etwas ganz Entscheidendes. Wir können niemals im Glauben bitten, wenn wir nicht wissen, dass wir Gunst bei ihm haben. Siehst du, wenn wir über das Gebet des Glaubens sprechen, dann ist es meistens geht es um das Bittgebet. Um ein Gebet, wo wir unsere Anliegen vor Gott bringen und bitten. Jetzt aber ist das Problem, dass so viele Bittgebete werden vor den Herrn gebracht, aber weil wir so vielmals eben in unserem Leben selber erfahren haben, dass nicht allen unseren Bitten stattgegeben wird oder unsere Bitten erfüllt werden, präsentieren wir oftmals unsere Gebete so quasi als ein Lotto. So quasi als, okay, wenn es Gottes Wille ist, bitten wir mal, schauen wir, was er dazu zu sagen hat. Oder wir hängen an, Herr, bitte tu das in meinem Leben, wenn es dein Wille ist. Und dann ist es kein Gebet des Glaubens mehr. Siehst du, das Gebet des Glaubens können wir nur dann beten, wenn wir wissen, dass wir Gunst haben. Keine Gunst, kein Glauben. Kein Glauben möglich, ohne das Wissen, dass wir Gunst haben. Also was baut unseren Glauben auf, was fördert oder was füttert, nährt unseren Glauben, wenn wir bitten, das Wissen, dass wenn immer wir vor ihn kommen, haben wir Gunst. Haben wir Gunst. Das bedeutet, unser Gebetsleben sollte sich radikal beginnen zu verändern. Radikale Gnade bedeutet radikales Gebet. Wohin sollte es sich verändern? Simpel und einfach. Der Herr hat dir doppelte Gunst gegeben. Er hat dir den Geist der Gunst gegeben und er gab dir den Geist der Gunst, damit du bitten kannst. Halleluja. Ich will ausgießen den Geist der Gunst, Gunst um zu bitten. Wohin sollte sich unser Gebetsleben bewegen? Inwiefern sollte es sich radikal verändern? Hier ist der Punkt und das ist der Challenge. Bereit für eine Herausforderung? Ready for a Challenge? Okay, hier ist der Punkt. Unser Gebetsleben, weil wir wissen, dass wir den Geist der Gunst haben, Gunst haben, um zu bitten, sollte sich insofern ändern, dass von jetzt an alle unsere Gebete beantwortet werden. Alle. Ausnahmslos. Every prayer. Jedes Gebet. Weswegen? Weil du Gunst hast vor dem Höchsten. Weil du nicht nur Gunst hast, weil du Gunst hast zu bitten. Alle wir müssen radikal das Thema Gebet neu anschauen, so wie wir radikal das Thema Glauben neu angeschaut haben. Siehst du, Gebet ist nicht einfach, ich nehme einen Topf, werfe alles mit hinein, schüttle es, wie es Bruder Hegen gesagt hat, und dann schaue ich mal, was rauskommt. Da kommt vielleicht ein Gebet raus, da kommt vielleicht eine Hingabe raus, was auch immer, schauen wir mal, was rauskommt. Das ist nicht, Gebet hat verschiedene Facetten und verschiedene Ebenen, aber was für alles Gebet dasselbe ist und das gleiche gilt, ist, du und ich haben Gunst bekommen, um zu bitten. Wer keine Gunst hat zu bitten, der kann nicht im Glauben beten. Und das ist, was radikal sich verändern muss. Von jetzt an präsentiere ich jede Bitte vor dem Herrn mit der Klarheit, dass sie beantwortet wird. Weil ich begünstigt bin, um eine Antwort zu empfangen. Halleluja. Jetzt dieses Wort Ken, schauen wir uns noch etwas genauer an. Das Wort Ken kommt 66 Mal im Alten Testament vor. Und 45 Mal davon sehen wir das. Und jetzt gib mir bitte 1. Mose 6 Vers 8. 45 Mal von 66 Mal sehen wir das. Noah aber fangt Gunst in den Augen des Herrn. 45 Mal wo Ken benutzt wird oder wo Ken auftaucht im Alten Testament sind immer ist immer dieses Wort hier oder dieser Aspekt im Spiel habe ich Gunst gefunden vor deinen Augen 45 Mal kommen die Augen vor 45 Mal von 66 ins gesamten Stellen habe ich Gunst gefunden vor deinen Augen er hat Gunst gefunden in den Augen des Herrn Josef hat Gunst gefunden in den Augen des Kämmerers habe ich Gunst gefunden in deinen Augen Vater Jakob Esau sagt habe ich Gunst gefunden in deinen Augen als er wieder auf Jakob trifft als Jakob auf Esau trifft habe ich Gunst gefunden Esau in deinen Augen 45 Mal sehen wir das Wort in den Augen Gen Gunst bedeutet in seinen Augen in den Augen Gottes hast du sie Das ist seine Perspektive Das ist sein Blickwinkel Du hast Gunst und du hast Gunst in seinen Augen Gibt es wichtigere Augen? Gibt es wichtigere Augen? Nein Es gibt keine wichtigeren Augen Auch nicht die des Pastors Es gibt keine wichtigeren Augen als die Augen des Herrn Und wenn man Gunst gefunden hat in seinen Augen That's it Abhaken Wir können nach Hause gehen und jetzt bitten und nur noch empfangen That's it Wenn seine Augen finden du hast Gunst That's it Boom Ende der Geschichte Ich habe dich begünstigt In meinen Augen hast du Samuel Gunst Sag Gott zu uns In meinen Augen hast du Michael Gunst Wow Gewaltig Jetzt schau dir an was Mose dazu zu sagen hat Im zweiten Mose Auch hier wieder ist das Wort Ken 2. Mose 33 Vers 12 Mose nun sagte zum Herrn Siehe du sagst zu mir führe dieses Volk hinauf aber du hast mich nicht erkennen lassen wenn du mit mir senden willst wo du doch selbst gesagt hast ich kenne dich mit Namen ja du hast Gen Gunst gefunden in meinen Augen Das wiederholt sich 45 Mal Gunst gefunden in meinen Augen dann Vers 13 und nun wenn ich also Gunst gefunden habe in deinen Augen Gottes Augen schauen auf seine Gunst Halleluja Gottes Augen schauen auf seine Gunst wir sollten viel mehr bitten Freunde Church Gemeinde wir sollten viel mehr bitten weisst du was wir was wir verpasst haben wir haben zu wenig gebittet wir haben zu wenig gebittet und unsere flehen und das darfst du jetzt nicht negativ verstehen nein sondern das flehen ist ein klares bringen ein bitten im Gebet habe in deinen Augen Gunst gefunden dann lass mich doch deine Wege erkennen sodass ich dich erkenne damit ich Gunst finde in deinen Augen zweimal und bedenke dass diese Nation dein Volk ist diese Nation dein Volk ist und jetzt schaut ihr das am Vers 16 woran soll man denn sonst erkennen dass ich Gunst gefunden habe in deinen Augen jetzt stellt er die Frage woran erkennst du und ich dass wir Gunst haben in seinen Augen willst du das wissen woran wir das erkennen weswegen haben wir Gunst woran sehen wir das wie können wir das wissen hier ist die Antwort wunderbar woran soll man denn sonst erkennen dass ich Gunst gefunden habe in deinen Augen ich und dein Volk nicht daran dass du mit uns gehst das Nummer eins ich werde dich nicht versäumen noch verlassen Gott ist mit uns seine Gegenwart ist immer mit uns wo immer du bist in den Ferien oder nicht in den Ferien Gott ist mit dir Halleluja darab soll erkannt werden dass du mit uns gehst und wir ich und dein Volk dadurch vor jedem Volk auf Erdboden ausgezeichnet werden wenn du die Elberfelder Übersetzung hast dann hast du eine Randnotiz dort eine Randnote und die Elberfelder Übersetzung sagt dadurch vor jedem Volk auf Erdboden auf dem Erdboden besonders bevorzugt werden Halleluja besonders bevorzugt das Wort ausgezeichnet werden bedeutet besonders bevorzugt werden woran erkennen wir dass wir seine Gunst haben daran dass wir bevorzugt werden daran dass er mit uns ist und dass er uns besonders bevorzugt Halleluja weisst du wie viele Einsprachen es gegeben hat für diesen Bau null weisst du wie lange es gedauert hat bis es durch war regulär durch war zwei Wochen das besondere Bevorzug null Einsprachen und in zwei Wochen war es durch Termin geschlossen Schalter zu jeder der in der dritten Woche Einsprache erheben wollte Schalter geschlossen Halleluja das ist besondere Bevorzugung Amen weisst du wie viele andere kämpfen bis sie ihr Haus aufstellen können bis sie ihr Gebäude aufstellen können wie viele Einsprachen es gibt von hier da und drüben und hüben Halleluja das ist besondere Bevorzugung Amen Halleluja weisst du welche Nummer sie uns hier gegeben haben von der politischen Gemeinde Industriestrasse Nummer 5 das ist besondere Bevorzugung Amen Halleluja preis dem Herrn ist es nicht gewaltig innerhalb von 14 Tagen durch innerhalb von 14 Tagen durch thank you Jesus woran erkennen wir dass wir Gunst gefunden haben Nummer eins Gott ist immer mit dir er wird dich nie verlassen noch versäumen Nummer zwei dass man besonders bevorzugt wird weil Gunst muss erkannt werden Amen Gunst muss erkannt werden und diese Gunst ist da und jetzt können wir bitten jetzt können wir bitten weil diese Gunst da ist sollten wir bitten und wir sollten von jetzt an in der Art und Weise bitten dass wir ins Gebet gehen mit unserem Bitten wissen dass wir Gunst haben und dass wir das worum wir gebetet haben erhalten werden keine Optionen mehr erhalten oder nicht erhalten vielleicht empfangen vielleicht nicht empfangen 50 50 keine Optionen mehr schau dir das an was er sagt 1. Johannes 5. Kapitel Vers 14 das ist die Freimütigkeit das ist Kühnheit Mut die wir ihm gegenüber haben dass er dass er uns hört wenn wir seinem Willen gemäss um etwas bitten hört uns Gott Amen siehst du wenn wir Gunst haben dann verschliesst er nicht seine Ohren weil in dem Moment wo wir seine Augen sehen Gunst in seinen Augen sehen haben wir bei ihm offene Ohren in dem Moment wo er Gunst uns zuspricht ist sein Ohr offen für unsere Anliegen das ist die Zuversicht die wir haben dass er uns hört also Nummer 1 jedes Mal wenn ich bitte um etwas egal ob es für jemanden ist oder ob es für mich selber ist Gott hört Nummer 1 und Nummer 2 ist Vers 15 und wenn wir wissen dass er uns hört um was wir auch bitten so wissen wir dass wir das Erbetene haben dass wir von ihm erbeten haben und wenn wir wissen dass er uns hört um was wir auch bitten so wissen wir dass wir das Erbetene haben dass wir von ihm erbeten haben ist das ein beantwortetes Bittgebet ist das beantwortet absolut weswegen wird es beantwortet weil ich den Geist der Gunst habe Gunst um zu bitten sonst würde es nicht beantwortet werden lesen wir nochmals beides zusammen Vers 14 und Vers 15 zusammen 1. Johannes 5 Vers 14 und 15 zusammen wenn wir es können und das ist die Freimütigkeit die Kühnheit die wir ihm gegenüber haben dass er uns hört wenn wir seinem Willen gemäss um etwas bitten und wenn wir wissen dass er uns hört um was wir auch bitten so wissen wir dass wir das Erbetene haben dass wir von ihm erbeten haben ist Gebet ein Lotto wie geht Gott ins Gebet was sehen seine Augen im Gebet für uns er möchte dass wir jedes einzelne Mal empfangen und erhalten um was wir auch beten jedes einzelne Mal Halleluja weil sein Wille ist Gunst für uns das ist sein Wille Halleluja jedes einzelne Mal Johannes 16 Kapitel Vers 23 Schau dir das an und an jenem Tag das ist Jesus werdet ihr mich nichts fragen wahrlich wahrlich hier haben wir es ich sage euch was auch immer ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen er wird es euch geben Gunst Gunst Halleluja Gunst das hier wird dreimal gesagt zwischen Johannes 15 und Johannes 16 dreimal wiederholt sich diese Bibel stelle alles Halleluja was ihr dem Vater bitten werdet in meinem Namen wird er euch geben Vers 24 bis jetzt habt ihr nichts in meinem Namen gebeten siehst du das ist das Problem wir haben zu wenig oder noch nicht gebeten in seinem Namen ihr habt nicht weil ihr nicht gebetet habt wir haben zu wenig oder noch gar nicht je nachdem wo wir stehen bis jetzt habt ihr in meinem Namen noch nichts gebeten und jetzt sagt er bittet so werdet ihr empfangen damit eure Freude völlig wird Halleluja bittet so werdet ihr empfangen das ist die Gunst das kann nur durch Gunst geschehen stimmt's das kann nur durch Gunst kommen es kann auf keine andere Art und Weise kommen und was wir uns dann nächstes Mal anschauen werden ist das siehst du oftmals haben wir diesen Eindruck dass okay dass Gott mir meine Bitten genehmigt und beantwortet da braucht sicherlich ein langes Gebet dafür da braucht sicherlich einfach alle meine Worte die ich habe alle meine Worte die ich kenne und er sieht dann dass ich mir möglichst Mühe gegeben habe und aufgrund meiner Mühe belohnt er mich dann er belohnt dich nicht aufgrund deiner Mühe das wird er nie tun er belohnt dich aufgrund dass er dir Gunst zugesprochen hat und dieses Versprechen wird er nie mehr kippen Gott belohnt dich nie aufgrund von dir selbst Gott belohnt dich immer aufgrund von ihm selbst Amen er wird dich nie mehr belohnen weil du dir mehr Mühe gegeben hast Jesus sagte ihr die mühselig und beladen seid ihr die ihr Mühe habt kommt zu mir legt sie ab kommt zu mir und legt sie ab denn oftmals ist es genau das was es hindert je mehr Mühe ich mir gebe desto mehr wird Gott meine Dinge beantworten genau das ist oftmals das was es hindert er wird dir antworten aber nicht aufgrund dessen dass du dir Mühe gegeben hast Halleluja sondern aufgrund dessen weil er dich einfach liebt amen und weil wir wissen er liebt mich geben wir uns in allem Mühe ohne dafür etwas zu erwarten amen weil ich weiss er hat mir so viel Gunst gegeben er beantwortet meine Bittgebete aufgrund seiner Gunst und das wiederum spornt mich an das Beste zu geben für ihn Halleluja aber wir geben nie das Beste aus uns damit wir etwas erwarten siehst du diese Gedanken vom Trading dieser Tauschgedanke Gott ich gebe dir und du gibst mir weil ich dir gebe ich gebe dir weil ich dir gebe auch das Thema Blutbund müssen wir ganz neu betrachten denn das Thema Blutbund das Thema Blutbund wird oftmals aus einer Perspektive der Gesetzlichkeit betrachtet und zwar die Perspektive all das gebe ich Gott und er gibt mir all das seine Dinge der Blutbund wurde nicht zwischen dir und Gott geschlossen sondern zwischen dem Vater und dem Sohn zwischen dem Vater und dem Sohn nicht zwischen dir und mir wir sind nur Nutznießer dieses Bundes wir sind nur Nutznießer all diese siehst du diese Aspekte die man manchmal hört nun ich gebe das und ich gebe das hin und ich habe mit Gott das und das getauscht er hat das getauscht hör mir gut zu den Moment wo du sagst ich habe das gegeben ich habe mir das von dem Herrn angegeben oder abgegeben habe das getauscht ich bin ganz sicher 14 Tage später hast du dir das wieder geholt ich habe all mein altes Leben Gott gegeben habe all mein altes Leben Gott getauscht und ja das ging vielleicht 14 Tage aber am Samstag gehst du wieder in 14 Tagen an dieser Haifischbar vorbei weisst du was ich bekomme immer mehr Rückmeldungen jetzt weiss ich endlich wo Haifischbar ist ich war am letzten Samstagmittag im Niederdorf und da war sie boom und weisst du was Pastor ich hatte ein schlechtes Gewissen aber siehst du das ist doch der Punkt wir glauben wir tauschen all das wir haben das abgegeben wir haben das getauscht und einige Zeit später fängt uns das Alte wieder ein wie lange hat dieser Bund gehalten 14 Tage nein es ist nicht du hast mit ihm einen Bund geschlossen Jesus hat mit ihm einen Bund geschlossen und wir sind Nutznießer dessen wir sind die Begünstigten dieses Bundes deswegen können wir es anschauen als es ist unser Bund es ist zu unser eigen geworden er hat uns das abgenommen weil wir es nicht abgeben konnten Amen all solche Dinge werden wir in der Bibelschule lernen Amen Schade das an dort wo Gott sagt wenn du kannst 1. Mose 17 Vers 2 glaube ich 1. Mose 17 Vers 2 Und ich will meinen Bund schliessen zwischen mir und dir und ich will dich über alle wie sagt man es aus nicht Massen Massen Ich will dich über alle Massen sehren und ich will meinen Bund schliessen zwischen mir und dir Gott spricht das zu Abraham Stimmt's Nun im Kapitel 15 sehen wir aber dass Abraham geschlafen hat Er hat den Bundesbeschluss verpennt Und hat eine Riesenshow verpasst eine Feuerfackel die durch die geteilten Stücke der Tieropfer hindurch fährt Okay Also Gott hat den Bund geschlossen mit Jesus Christus Der Bundesschluss ist zwischen dem Vater und dem Sohn Deswegen am Kreuz Am Kreuz war Jesus nicht wir Wir sind nur Nutznießer Und deswegen können wir uns betrachten als wenn wir da gehangen wären Das ist der Clou des Stellvertreters Okay Des Stellvertreters Er ist unser Stellvertreter Er hing nicht wir aber weil er uns vertreten hat können wir uns so betrachten wie wenn wir gehangen wären Aber wir sind nicht da gewesen wir sind ihm nicht ans Kreuz wir haben nicht unser Blut vergossen sein Blut Halleluja Also das Geheimnis von er starb als uns Halleluja Er starb nicht für uns er starb als uns Halleluja Aber er starb Gott schloss diesen Bund Gott schloss diesen Bund mit Jesus mit Abraham Als Jesus und der Vater dieser Bund schloss war es so wie er wenn er ihn geschlossen hat mit Abraham Aber er hat sich ausgeruht Er hatte keinen Teil Das Einzige was Abraham tat war er glaubte es Er glaubte dem Herrn und das rechnete ihm Gott zur Gerechtigkeit an Halleluja Und aufgrund des Glaubens kann die Bibel sagen Gott hat mit Abraham einen Bund geschlossen Aber jetzt schau dir das an Im 1. Mose 17 2 Und ich will meinen Bund schliessen zwischen Siehst du dieses Wort zwischen Das ist gewaltig Zwischen Wenn du in den hebräischen Text gehst kommt das dreimal vor Und eigentlich müssten wir es so lesen Und ich will meinen Bund schliessen zwischen 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 That's Jesus Halleluja Dreimal kommt es vor im Grundtext dreimal hintereinander Ich will meinen Bund schliessen zwischen 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 So wie wenn Gott sagen würde Begreifst du es Abraham zwischen nicht mir und dir zwischen mir und zwischen mir und Jesus Halleluja Einfach dass wir uns richtig verstehen Zwischen das ist nicht zwischen das ist zwischen weil es zwischen mir und meinem Sohn ist Halleluja Amen Das ist was mich begeistert Wir sehen Jesus auf jeder Seite der Bibel Halleluja So siehst du es im hebräischen Grundtext Zwischen 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 Amen Thank you Jesus Und wir sind lediglich die Begünstigten Amen Lediglich die Begünstigten Denn als der Heilige Geist auf Erden kam am Tag zu Pfingsten als er ausgegossen wurde Worldwide W-W-W Worldwide wurde er ausgegossen Ist diese Gunst jedem Geliebten zuteil geworden Denn das ist was der Heilige Geist tun kann was Jesus nicht tun konnte Der Heilige Geist kann sich in jedem Gläubigen behausen Jesus war begrenzt als Mensch und zwar begrenzt in puncto Zeit und Raum Er konnte nur an einem Moment an einem Ort sein zu einer Zeit Wenn er in Jerusalem ist kann er nicht durch Samarien gehen Wenn er dort ist in diesem Dorf kann er nicht gleichzeitig zu Hause in seinem Haus sein sondern er kann nur dass die Begrenztheit seines irdischen Leibes Und deswegen ist der Heilige Geist gekommen Der Heilige Geist ist gekommen und er kann Wohnung nehmen in jedem Er ist nicht mehr limitiert Deswegen ist der Heilige Geist körperlos und er sucht sich Körper Amen Deswegen kommt er nicht als Mitkörper sondern er kommt als Geist weil er Behausungen sucht Amen Und diese Behausungen findet er in den Geliebten Amen Und in dem Moment wo er Haus nimmt in dem Moment wo er Wohnung nimmt in uns weil wir Jesus Christus akzeptiert haben als Herr und Erlöser in dem Moment wo er Wohnung nimmt in uns kommt kommt diese Gunst in uns hinein Halleluja Und das ist der Grund warum du diese Gunst verstehen kannst weil das gepredigte Wort wird von dem Geist der Gnade offenbar gemacht und er gibt dir die Zuversicht und die Kühnheit dass mein Sohn meine Tochter mein Kind bitte bitte ich warte sehnlichst darauf bis du bittest damit ich es dir geben kann Halleluja preis dem Herrn also das ist das allererste dass wir über Gebet wissen müssen wir haben Gunst Gunst um zu bitten Halleluja und dann werden wir uns später anschauen es braucht dazu keine langen mühseligen Gebete wir sehen in der Bibel dass die kürzesten Gebete boom die grössten Kraftwirkungen mitbrachten die kürzesten Gebete wir werden Jesus anschauen wie kurz er gebetet hat manchmal nur ein Wort gesprochen und Dinge sind geschehen Halleluja dann werden wir noch etwas genauer anschauen nochmals dass wir radikal unser Gebetsleben aufgrund dieses Wissens ändern müssen dieser Offenbarung dass wir begünstigt sind um bitten zu können Amen lasst uns aufstehen bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal Untertitelung des ZDF, 2020